Zerrali, Zerrali, Zerrali Schönen guten Morgen! Wir sind hier auf dem Probenwochenende der Grazer Kapelle Knaben und es ist der erste richtige Probentag. Nach jeder Menge Schlaf gestern Abend in Turnhalle und Medienraum proben wir jetzt hier nebenan. Wir gehen mal rein und hören mal zu. 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 Das Mittagessen ist vorbei. Jetzt haben wir Pause und wie wir gerade gesehen haben, kann man die Pause recht unterschiedlich verbringen. Was sagt ihr zum Essen? Das Essen ist egal. Auf jeden Fall. Und so, du proben so bisher? Es geht auf jeden Fall was weiteres. Es hilft, ja. Noch was weiteres. Ja, so muss das sein. Ja, schön, ne? Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch eine schöne Pause. Ich schreibe die Kamera aus, Christian. Auch so kann man seine Pause verbringen. Ich bin krank. Ich bin krank. Ich bin krank. Ich bin krank. Du kommst, du kommst, du kommst, du kommst, du kommst, du kommst. Wiederholen! Drei, zwei, eins, Bach! Drei, zwei, eins, es ist so schön, ein Musikant zu sein. Guten Abend. Wir machen jetzt Essen. Ich werde hier mit einem Messer bedrohen, das ist nicht so nett. und wir arbeiten natürlich alle extrem viel vor allem der david der ist da ganz professionell am werk ja er schneidet gleich in den finger großartig und wenn ich davon der kocht richtig fleißig an vier tüpfchen der macht da richtig viel und sonst macht der ofen da alles alleine keiner will auf den auf Untertitelung des ZDF, 2020